Hallo und herzlich willkommen Leon Niederberger von den Krefel Pinguine bei uns bei Magenta Sport in Kühlbox Home Office. Servus. Hallihallo. Was ist denn dein wertvollster Gegenstand bei dir zu Hause? Muss nicht der teuerste sein? Wahrscheinlich meine Gitarre. Dann bitte Gitarre holen, denn mir wurde gesagt, du kannst ja auch gut spielen, oder? Ich weiß nicht, sieht man das? Da ist sogar ein Eishockey-Schnürsenkel, sieht man das? Wow, stark, mega geil. Okay, ich lehme dich jetzt mal zurück und genieße jetzt mal den Moment. In California, with my toes in the sand, loose the sleeves in my sweater, let's have an adventure. Hands in my clothes, my gravity center, touch my neck and I'll touch yours. You and those little high-waisted shorts, oh no. Wow! Mega geil! Wow! Riesemann! Live in der Kühlbox! Wann kommt denn die nächste Single dann raus? Ich hab jetzt davor englische Musik gemacht und möchte jetzt deutsche Musik machen und grad in der kreativen Phase und mach grad grad viel auf Deutsch und ich denk mal im Jahr 2021 wird dann wieder angegriffen. Wer ist dann dein Vorbild in Sachen Gesang? Wir haben zu Hause eh immer viel Musik gehört und ich war auch in der Schule immer an den Schulchören und hab gern unter der Dusche gesungen, alles drum und dran. Aber ich hatte halt eben Schule und Eishockey und keine Zeit dann irgendwie mal wirklich die Gitarre in die Hand zu nehmen und zu singen. Und dann, als ich mein Abitur gemacht hab, dann hatte ich mehr Zeit für die Gitarre nachmittags und hab dann angefangen, ja. Und erst mit Coversongs und hatte ziemlich schnell Lust dann zu sagen, ey, dann kam wahrscheinlich der Ehrgeiz vom Sport, ey, ich mach jetzt was eigenes, was die können, kann ich auch. Und ja, so hat's dann angefangen und ging dann irgendwie, kam dann ziemlich schnell ganz gut an und ja, so bin ich bei der Musik dann gelandet. Hab da eigentlich keine Vorbilder, aber klar, Justin Bieber ist natürlich ein cooler Sänger, ist einfach auch mein Alter und hat ja auch mal Eishockey gespielt. Und deswegen, wenn Vorbild, dann er, ist einfach ein cooler Typ und macht coole Musik, ja. Hast du auch ne Gitarre da? Ich glaub, du bist dran. Naja, gut, okay. Today is gonna be the day that I gonna throw it back to you. Bye now you should know. Somehow realize what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Wow. Ey. Yeah. Geiler Scheiß. Sehr gut. Wir hatten direkt so ne Magie unsere Stimme. Hatten die Vibes. Das sind Vibes. Wir hatten die Vibes, ja. Wir sollten ne Bell gründen. Ganz ehrlich. Ich bin dabei. Alle Spiele der Penny DEL live. Nur bei Magenta Sport. Ich bin dabei. Vorbilderギrad. Und da gab es gar nicht. Wir hatten die Vibes, ja.